so hallo ich habe die musik noch ein bisschen höher gedreht das war immer noch recht leise muss ich sagen von der aufnahme her schauen wir mal wie es jetzt ist wenn jetzt die musik tut es mir leid okay wir machen jedenfalls weiter bei kutubo durado fichtings und das machen wir hier einen interessanten jetzt geht es bei der rock das sind die weiter von freitash habe ich die gerade abgeschossen oder war das zufälle das ist jetzt ein musikstück da fehlt nichts bei den letzten habe ich so gesagt irgendwie klingt es als ob da was fehlt als ob es nicht fertig wäre hier klingt das voll vollständig jetzt bin ich gespannt kann ich die abschießen nice yo 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 wir haben bisher keine einzige das macht mir ein bisschen sorge vielleicht gibt es aber auch gar keine linken wow da ist meine erste joshikoi ne ist die zweite da ist die dritte jetzt wird es aber interessant kann ich dann durch das wäre sonst auch komisch geworden so ein schönes level gefällt mir da möchte ich gerne oh mein gott das war knapp feder feder ist immer nice da ist die vierte fehlt ja nur noch eine ich sollte aber jetzt mit der feder nicht ja genau genau das zu viel quatsch machen sonst stürze ich hier irgendwie plötzlich runter das ist allerdings auch es kann sowas hier zu schießen da sollte ich ein bisschen aufpassen dass ich nicht im radius der explosion auf irgendwann lande das ist coo dass die auf den vollen bilden nein we have it we have it we have it tschüss jo 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 alles klar alles klärchen prima schönes kurzes level warum ist jetzt ein geist aber als die gesatte weiß ich aber nie clouds and grasslands von bruni b Da ist mal die erste Hösche, komm ich da hin, so komm ich da hin, ähm, ja, komm ich da hin. Okay, da hat er die, achso, hier müsst ihr vielleicht auch wieder Röhren testen, wenn es ein normales Grasländer ist, hat es bestimmt Siegwitz in Röhren. Das war's, ist die Blume noch da? Stimmt, natürlich nicht, oh mein Gott, zweimal am gleichen Rex gestorben, also nicht gestorben. Oh nein, und jetzt müsste ich groß sein, aber ich bin groß. Ich bin groß, alles gut. Ich bin schon groß. Okay. Dudu, 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 dudu. Oh, da bin ich hoch. Wait, what? Aber da kam ich nicht hoch, kommt ja nochmal. Hä? Hä? Wäre dann die Röhre gewesen oder sowas? Man sieht's halt nicht. Ja, keine Ahnung. Ach so! Ich dachte, mit dem Gegner. Und das... Oh mein Gott, bin ich erschrocken. Das erklärt natürlich einiges. Ja, nice. Das war Nummer 3. Wir nehmen jetzt mal mit. Wer weiß, was es einem nützt. Das wäre ganz gut, einen Pilzwein zu haben. Mist. Nummer 4. Ist ja keine einzige Röhre, aber es kommt daraus keiner was raus. Okay, diesbegeber. Nein! Tja. Who knows, wo die 50er in Köln ist. Wahrscheinlich irgendwo hätte man mal runtergehen können oder so nochmal. Sind ja nicht so dramatisch wichtig. Frozen Kingdom bei ECS 98. Das ist so ein häufig genutztes Lied. Das erinnert mich jedes Mal an dieses... Weihnachtslied. Ich weiß auch nicht, wie es heißt. Also nicht Weihnachtslied, sondern... Ich weiß nicht, wie es heißt. Nur dieser Teil. Dieses... Das baut sich dann immer so weiter auf. Ich weiß nicht, wie es heißt. Da ist ein Yoshi-Kain. Okay. Das war sicherlich Quatsch. Ah, verstanden. Erst schieße ich das kaputt. Dann schicke ich das durch. Und dann kommt ein P-Switch. Das war ein schwieriges Rätsel. Null. Okay, das war Yoshi-Kain Nummer 1. Sind die alle mit einem Rätsel hier verbunden? Naja, interessant. Das heißt, wir müssen echt gucken, dass wir die Blume überhalten. Sonst muss ich immer wieder zurückrennen. Das heißt, gut, es kommen immer ein paar so Stellen, wo man eine neue kriegen könnte. Oder muss ich jetzt aufpassen. Ich dachte, ich kann vielleicht so durch. Stellt sich raus. Kann ich nicht. Ja, dann brauche ich auch gar nicht einen Pilz hier holen, wenn ich eh hier gleich diese gelbe Rübe kriege. Aber wie mache ich die Blöcke weg unter der Plattform? In dem Moment, wo ich selbst dann durchgehe? Oder, oder, oder? Ich weiß jetzt nicht so genau. Ich muss das nochmal machen. Oh, ich weiß jetzt nicht, was sie gibt. Aber die Pistowitschmusik ist komisch. So. Und warum schieße ich überhaupt? Da wäre ich nur getroffen, als würde ich mal gar nicht versuchen. So. Kriege ich die irgendwie vorher ein bisschen kaputt? Zumindest zwei, okay. Okay, ich kann die einfach wegschießen, wenn ich dran bin. Aber das ist ein bisschen... Es hat sich kritisch angefühlt, sagen wir so. Und dadurch, dass das halt hier alles rutschig ist, ist das so ein bisschen... creepy. Okay. Achso. Nein! Jetzt rutscht es so viel zu langsam, die Pfleume! Zurück! Wieso wollte ich überhaupt nicht rutschen? Oh nein, jetzt komme ich nicht mehr. Ich hoffe, ich kriege eine neue Blume. Ach, gerade so lange. Okay. Erst aufschießen, oder wie? Aber ich muss... Ich muss gleichzeitig... Ich muss beides... Ich muss richtig schnell da durch jetzt, ja? Oh, boi. Oh, boi. Ja, das... War nicht so gut. Jetzt. Jetzt. Nice. Das sind coole Rätsel, das muss man sagen. Mag ich das Level. Auch fair, dass man die Blume immer wieder bekommen kann, an ganz viel Stellen. Und will eben nicht nur ein einziges Power-Up haben, was man die ganze Zeit keepen muss. Weil Power-Up-Keeping ist nicht so gut. So. Ich würde mir jetzt sagen, ich soll da durchrutschen wahrscheinlich. Ansonsten weiß ich leider nicht, was er mir beteiligen wollte. Das wird nicht reichen. Doch, aber es war kein Peace-Peak. Bei weitem nicht. Okay. Sehr freundlicher Peace-Peak. Ja, was habe ich mir das vorgestellt? Einfach mit Glück durch. Sehr schön. Passt. Da weiß ich nichts. Ich lasse mir die Dinger hier mal raus. Dann kann man sie jetzt auch treffen lassen. Das ist völlig urscher. Ob sie sind weg. Ach, ne, Yoshika. Gleich. Okay. Dann sind die Männer auch nicht versteckt, sondern man weiß, wo sie sind. Das ist auch sehr gut. Okay, das kann da runterfallen. Und dann weiß ich nicht, wie es weitergeht. Aber wir machen jetzt Zielschiss. Jetzt Zielschießen. Verstehe. Aber das war es auch schon. Nice. Äh, Fog? Fogo. Fogo. Was immer. Was immer. Das habe ich nicht gesehen. Das war gemein. Was immer Fogo heißt. Wahrscheinlich Feuer oder so. Also Feuer wahrscheinlich nicht, aber es soll wahrscheinlich darauf hinweisen, dass wir die Brüder ein. Wir machen das jetzt jedes Mal, wenn wir rübergehen, machen wir einen Block weg und dann lassen wir uns treffen. Okay. Das wird lustig. Aber jetzt habe ich hier, äh, Platz und kann mich austoben. So. Easy. Okay, dann kann ich mich hier treffen. Das ist theoretisch. Uh, okay. Hier brauchen wir nicht, weil wir alles richtig gemacht haben. Nice. Aber eine Yoshi-Coin fehlt. Da muss noch eine Röhre nochmal kommen. Eigentlich dann fast schade, dass die Yoshi-Coin sind im Heck nicht wichtig sind. Weil gerade bei solchen Missionen ist das dann schon mal besonders, nochmal besonders cool und wichtig, die zu sagen. Aber was soll's. Oh, muss ich da schnell jetzt durch? Oder? Ja, kann ich mich jetzt da falten lassen, oder wie? Ah, ich muss, okay, ich muss vor der... Okay, alles klar. Also, ich muss vor der Plattform durch. Ja, easy. Sehr schön. Cooles Level. Oh boy. Oh boy. Okay, ich kann hier aber zurück resetten. Das ist gut. Das ist gut, dass ich da resetten kann. Lel. Mach ich das? Das. Oh, es reicht tatsächlich. Krass. Okay, jetzt kann ich rein. Dann passt die Geschichte. Nice. ups und hoch. Wait, was ist dahinter? Ups. Ups. Müsst du jetzt da nochmal... Hä? Wenn ich das jetzt auf... Ach so, hä? Okay. Oh, okay. Ja, leicht verdienter Mond, wa? Schön! Prima. Letztes Level, schätze ich mal. Make a factory. Das ist ein heißes Kriegstück, aber ich weiß nicht, ob er es kommt. Aber ich mag auch... Also, solche Rüren habe ich auch noch nicht wissen. Das ist... Schönes Fabrik-Level. Oh boy. Ah, der kommt hoch. Und es kommt da runter. Jetzt kommt er wieder hoch. Oh mein Gott. Oh, jetzt ist er da oben. Uff. Alles klar. Oh, ich dachte, ich lande jetzt nicht drin. Das wäre bitte gewesen. Oh, hi. Komm mal mit. Vielleicht brauche ich dich. Was ist... Oh, Junge. Okay. Ich könnte sagen, dahinter ist was, aber es war leider kein Hirsch. Äh! Mach nicht den hier. Oh, da kann ich nicht drauf. Da ist meine zweite Hirsch. Ups. Aber wir werden hier, glaube ich, nicht... Okay. Wir werden hier, glaube ich, nicht Ayoshi Koins Krieg, weil wir werden, ja... Wir werden hundertprozentig nach dem Midwaypoint irgendwann sterben. Oh Gott, was ist das denn? Das ist ein gemeiner Spruch. Jo. Hold it. Ja, der ist klein einfacher. Hätte ich mich ducken müssen. Ich wollte zwar nicht direkt nach dem Midwaypoint stehen, aber wie gesagt... Es war leider ziemlich safe, dass das passiert. Aber das ist echt ein cooles Lamp. Überhaupt ist die zweite Welt hier von dem Heck sehr nice gewesen, muss ich sagen. Gab jetzt nix, wo ich komisch fand eigentlich, oder? So wird möglich, weiß es nicht. Haut das hin, ja. Ich kann mich zumindest an nix ändern. Das ist der Satz, den ich sagen wollte. Ich krieg der da wieder... Oh mein Gott, okay, da ist... Ah, wir haben sie gesehen. Das ist okay, wir haben sie gesehen. Nein, 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 nein. Okay, die krieg ich und damit hätten wir jetzt alle... alle fünf gehabt. Muss ich da wieder nennen? Ja. Was zum... Warum war der P-Speed jetzt nicht? Das war merkwürdig. Oh, das wird jetzt kritisch. Oh, ich kann... Oh, die sind okay. Die sind vorne nicht... Mist. Die sind vorne nicht offen. Die... Also die sind so... Ja, das wollte ich sagen. Die sind nach unten durchlässig. Nach oben. Alter. Alter, alter. Ich hatte nix mit dem Spiel zu tun, hier draußen. Stimmt's gerade jetzt. What the... Wie hab ich das denn vorne gemacht? Bin ich unter ihm durch? Wahrscheinlich. Muss unter ihm durch sein, sonst funktioniert der Sprung nicht. Warum kann ich mich nicht daran erinnern, dass ich unter ihm durch bin? Bin ich so lost schon wieder? Ja. Wow. Okay. Jetzt einfach den Pilz da behalten, wo ich vor dem Blumen verloren habe. Dann sollte das auch funktionieren. Wenn ich nicht mehr weiß, wo das ist. War ich hier noch groß? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube schon. Das war der, wo ich nicht holen wollte. Ja, jetzt sind wir gleich wieder da. Nach dem ist, wir gleich wieder da. Wow, boy! Glaubt ihr mir, wenn ich sage, ich bin gesprungen? Und er hat die Sprungtaste einfach nicht genommen, weil ich getroffen wurde. Und so, keine Ahnung, was es war. Ah, nein, ihr glaubt mir natürlich nicht, wenn ich sage, ich bin gesprungen. Aber glaubt ihr mir, wenn ich sage, ich hab die Sprungtaste gedrückt? Ja, das ist ein Unterschied. Ich bin nämlich nicht gesprungen. Das ist ja das Problem. Aber ich hab die Sprungtaste gedrückt. Das ist das nächste Problem. Weil dann wäre ich eigentlich gesprungen. Okay. Vielleicht hört ihr meine Ausreden jetzt auch gar nicht mehr, weil ich das mal die Musik einfach so laut gestellt habe. So, jetzt holen wir es halt einmal. Jetzt bin ich schon zum dritten Mal, komme ich schon an der vorbei und dann kann ich sie auch einmal mitnehmen. So, jetzt haben wir es gleich wieder. Hab ich vorhin auch gesagt und dann... Aber jetzt sind wir wirklich gleich an der Stelle, wo ich springen muss. Ja. Ja, 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 ja. Da ist die Yoshikoi letzt, ja. Und da ist der Sprung. Was? Ich sprühe jetzt zurück, sorry. Was ist das? Ich renne... Und dann spring? Ich kann doch nur rennen und springen. Wieso verliere ich denn die Geschwindigkeit? Alter, wie knapp ist der Sprung? Ich nehme den, ich nehme den nur so weit jetzt mit. Sorry, aber... Hä? Projekte rett. Ah, ich dachte, ich kriege jetzt noch Power-ups, jetzt kriege ich einen Pils. Danke. Ja, du, du... Du bist, du bist einfach nur der... Ach. Dieser Boss. Der Kirby-Boss. Oh, ja, ja. Und der wunderschönen... ...Hitbox. Und zwei wunderschöne Swamps. Und zwei schönen... ...die Stage verändern. Dings, aber die Hitbox funktioniert. Das ist doch schon mal was. Jo, hi. Da, es war zu schnell, mein Freund. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Du sollst springen. Danke. Alter. Nice. Und da ist er down. Ja, das war alles. Ich glaube, mehr gibt es ja nicht. Es gibt noch dieses komische DLC-Level, aber ich glaube, da geht nichts. Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist einfach nur ein Dekoder. Keine Ahnung, was das ist. Aber gut. Dann schließe ich mit Despacito ab. Bedanke mich fürs Zuschauen. Weiter geht's mit irgendeinem anderen Hack, den ich noch nicht... Oh, wartet mal. Wir beenden das nicht mit 87 Münzen. Das geht ja mal gar nicht. Das ist eine zu wenig. Was soll das denn? Moment. Das kann ich nicht so. Das geht nicht. So, danke fürs Zuschauen und tschüss.